Die Stadt ist im Namen des Rite Club Altrim, ganz herzlich begrüßen. Der Rite Club wird sich heute in seiner Vielfalt präsentieren, auf unserem Gelände. Wir zeigen Ihnen große, kleine, bezeichnende Ponys. Der Rite Club kann Landesmeister präsentieren, Deutsche Meister und genau das möchten wir Ihnen heute zeigen. Der Rite Club existiert seit 40 Jahren hier. Gegründet wurde er oder mitbegründet von Edelgard Drett, der Gründerin des Rigshofes hier in Altrim, vor 50 Jahren. Also wir haben beide eine lange Tradition hier und das möchten wir Ihnen auch näher sehen. Das sieht er auch heilig. Das sieht er auch heilig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020